Hans Wassmann, auch Hans Wassmann war ein deutscher Schauspieler. Leben Wassmann, Sohn eines Rentiers, hatte sich nach dem Schulabschluss einer kaufmännischen Ausbildung unterzogen und ein Jahr im Getreide- und Kommissionsgeschäft gearbeitet. Mit 19 Jahren nahm er einen Berufswechsel vor, ließ sich von Arthur Vollmer ausbilden und ging an die Bühne. In Gera debütierte Wassmann 1892 mit der winzigen Rolle eines Rekruten in dem Stück Wallensteins Lager. Nach Stationen in Hanau, Elberfeld und Freiburg im Breisgau kam er 1896 nach Berlin, um ein zwei Jahre dauerndes Engagement am Deutschen Theater anzutreten. 1898 wechselte er ans neue Theater. Im Herbst 1901 kehrte er an das später von Max Reinhardt geführte Deutsche Theater zurück. 1903 war er mit dem kleinen Theater auf Tournee. Wassmanns frühes Rollenfach war das des Bonvivans, Naturburschen und jugendlichen Charakterdarstellers. Später wuchs der kompakte Berliner mit dem wuchtigen Schädel und der markanten Warze zwischen den Augen in das Fach gravitätischer Herren von Welt und angesehener Machtmenschen hinein. Bewies aber auch immer wieder sein beträchtliches Talent für Komik und erhielt viel Lob für die Darstellung Tumba beschränkter Charaktere. Zu seinen bekanntesten Spätrollen auf der Bühne zählen sein Baron in Nachtasyl, sein Junker bleichen Wang in Was ihr wollt und der Mopsus in Das Wintermärchen. Im Film zur Zeit der Weimarer Republik spielte der überaus populäre Mime eine Fülle von tragenden Nebenrollen in Schwenken wie die Bürgermeister in Schützenfest in Schildar und die Schlacht von Bademünde oder den Admiral in der Herr Bürovorsteher. In anderen Lustspielen überließ man dem versierten Komödianten sogar die Hauptrolle. So war er beispielsweise der Bürgermeister Eusebius Müller in Vater geht auf Reisen und der finanziell klamme Besitzer eines Baby-Ausstattungsfachgeschäfts in der Klamotte, der Storch streikt. Hans Wassmann starb in Folge eines Schlaganfalls, der ihn während einer Filmprobe in Neuber-Belsberg ereilte. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Südwestkirchhof Starnsdorf, Filmografie, 1914, Bedingung Kein Anhang, 1914, Lache Bayonzo, 1914, Hans Unterni, 1917, Balzauber, 1918, Lola Montes, 1920, Eine Frau mit Vergangenheit, 1920, Luise de la Valire, 1921, Die Bestie im Menschen, 1921, Miss Venus, 1922, Fredericos Rex, 1922, Der Absturz, 1922, Sie und die Drei, 1922, Ein Glas Wasser, 1923, Tragödie der Liebe, 1923, Die Sonne von Sankt, Moritz, 1923, Die Große Unbekannte, 1923, Nanon, 1924, Die Radioheirat, 1924, Garagan, 1924, Die Puppenkönigin, 1925, Husarenfieber, 1925, Der Liebeskäfig, 1926, Eine Du Berry von Heute, 1926, Die Keusche Susanne, 1927, Die Leichte Isabel, 1927, Der Meister von Nürnberg, 1927, Kleinstadtsünder, 1927, Das Tanzende Wien, 1927, Königin Luise, Zwei Teile, 1927, Luther, ein Film der deutschen Reformation, 1930, 1000 Worte Deutsch, 1930, Ihre Majestät, die Liebe, 1931, Meine Frau, die Hochstaplerin, 1931, Der Storch streikt, 1931, Die Schlacht von Bademünde, 1931, Schützenfest in Schilder, 1931, Der Herr Bürovorsteher, 1931, Der Hauptmann von Köpenick, 1931, Ronny, 1931, Vater geht auf Reisen, 1932, Es wird schon wieder besser, 1932, Skandal in der Parkstraße, 1932, Der tolle Bomberg.